Auch beim Neunkampf der Turner, dem Jahnkampf. Jeweils drei Disziplinen aus drei Sportarten müssen bewältigt werden. Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Konzentration und Reaktionsvermögen sind gefragt. Aus Schwimmen, Geräteturnen und der abschließenden Leichtathletik setzt sich der Jahnkampf zusammen. Aus Schwimmen, Gerät, Ausdauer, Konzentration und Reaktionsvermögen sind gefragt. Kann ein Tag schöner beginnen als mit einem kleinen Liedchen? Beim offenen Singen trafen sich jeden Morgen Sängerinnen und Sänger. Mal leise, mal aus voller Kehle, mal besinnlich, mal forsch. So klang es ein- und mehrstimmig. Bodo zwitscherte mit. Er hatte eigens ein Liederbuch dafür geschrieben. Der Takt ist Trumpf, beziehungsweise Pflicht, sowohl beim Singen als auch beim Musizieren. Dort nun Scharnhorst, die zentrale Anlaufstelle der Tonermusiker. Beim Wertungsmusizieren, dem Tonfestwettkampf der Tonermusiker, stellten sich 70 Gemeinschaften und fast 90 kleine Gruppen den Augen und Ohren der so gestrengen Kampfrichter. Ein Schrittfehler, ein falscher Ton, alles wurde erkannt und bewertet. Können wir nichts sagen, außer der Fehler in der Vordermann-Sache im rechten Glied, große Trommel. Und laufen die Turner eher salopp in Trainingsanzügen herum, bei den Musikern herrscht noch Kleiderordnung. Auf jeden Fall, schwarze Strümpfe zu schwarzen Schuhen. Großeinsatz für alle Musiker beim Sternmarsch. Nahezu 3000 marschierten in sechs Säulen zum Dortmunder Friedensplatz. Nach der ordnungsgerechten Ausstellung benahm Bundesstabsführer Erhard Kopenhofer den Taktstock. Ortswechsel, Szenenwechsel und Taktwechsel. Kontrapunkt zur Marschmusik Lambada, diesmal auch für die Älteren bei ihrem Tanznachmittag. Die Frauen waren auch hier in der Überzahl. Frauen dominieren nicht nur bei diesem Turnfest, auch in ihren Heimatvereinen. Die Statistik belegt dies eindrucksvoll. 70% der knapp 4 Millionen DTB-Mitglieder sind weiblich und auch 70% der fast 100.000 Turnfest-Teilnehmer sind Frauen. Frauen sind das Herzstück, die Seele jedes Vereins. Sie geben ihnen Schwung und Auftrieb. Nur die Führungsverantwortung ist immer noch eine Männerdomäne. Zu einem wahren Renner wurden die Wettkämpfe Gymnastik und Tanz. 3.500 Teilnehmerinnen und wenige Teilnehmer zeigten dabei tänzerische und gymnastische Darbietungen, bei denen es vor allem auf Musikalität, Choreografie und Originalität ankam. Aber nicht nur der Organisatorn! Kriminalität, sondern auch der Jugend eine Chance, wie hier bei den deutschen Kunstzollmeisterschaften der Mädchen. Und auch diese Meisterschaften zeigt man wieder, aller Anfang ist schwer und gerade hier will geübt sein, insbesondere fürs Familienalbum. Die gastgebenden westfälischen Frauen waren immer am Ball, im wahrsten Sinne des Wortes. Tausend westfälische Frauen zauberten einen bunten Bewegungsbogen auf das Parkett der Helmut-Körnig-Halle. Hier wurden keine Höchstleistungen gezeigt, dafür aber Landestypisches und Einblicke in die vielfältige Vereinsarbeit der Tonerinnen heute. Und frei nach dem Motto, was dem Ensin Uhl ist dem Andernsee Nachtigall, so lieben die einen die Volks- und die anderen Frönen der Rockmusik. So geschehen beim Open-Air-Konzert auf der Bochumer Schmechtingswiese. Well, I found a little note in my diary, was something that I wrote down yesterday. The day took me back a little while, but you know that it seems strange to me, to read about the boy I used to be. I have to say in my own words, baby smile. Das Pressezentrum, Anlaufstelle für 838 akkreditierte Journalisten aus der Bundesrepublik und aus der DDR. Noch nie war ein Turnfest so gefragt wie dieses. Täglich wurden Pressekonferenzen über das Neueste und Interessanteste informiert. Alle wollten alles ganz genau wissen. Das WDR Radio Dortmund richtete sogar für die gesamte Woche eine eigene Turnfest-Servicewelle ein. Und das Fernsehen sendete über 20 Stunden live oder in Zusammenfassungen. Ich habe mir erwartet, wenn man ein interessanter junger Mann machen will, die Bayern München beginnt mit Doppelzahler begübt, aber... Ja, ja, du musst aufpassen oben. Geh mit der Kamera hoch, du kannst dann in der Flugphase ruhig das Pferd verlieren, Hans. Halt den Springer in der Mitte, der Pferd kann ruhig aus dem Bild raus. Ja, das ist er. Ja, Innsatz. Mike Beckmanns Teilnahme war umstritten. Der Gewinn des deutschen Meistertitels im Olympischen Zwölfkampf unumstritten. Mike Beckmann, der alte und neue deutsche Meister. Zudem gewann er den Einzeltitel an den Ringen. Allerdings in Abwesenheit vom antierenden Weltmeister an den Ringen, Andreas Aguilar. Ein Abriss der Bizepssehne machte einen Start unmöglich. So blieb er interessierter Zuschauer. Dafür schlug die Stunde des Ralf Kern aus Leingarten. Das war es so, wie ich in Dänem. Das war es so, wie ich in Dänem. Das war es so, wie man muss. Das war es so, wie ich in Dänem. Vielen Dank.